Der Sonnenaufgang könnte schön zu einem Strand jetzt sein. Ich gehe jetzt aber ganz sicher nicht hin. Nicht heute. Guten Morgen! Samstag der 19. 19. Das heißt, ich habe weniger Zeit zum Video aufnehmen. Und ich habe weniger Zeit zum Video bearbeiten. Weil der Hund geht zum Beispiel vor. Man muss Prioritäten setzen. Und der Hund will halt seine Beschäftigung. Gestern habe ich irgendwie viel zu wenig aufgenommen. Habe gar nicht gemerkt so. Oder was heißt zu wenig? Zu wenig Spannendes aufgenommen. Oder wie auch immer man es nennen will. Es gibt trotzdem ein Video. Allerdings dauert das noch. Aber das ist ja egal. Wenn ihr dieses Video hier seht, habt ihr das andere ja schon gesehen. Es ist also ein Blutseln, dass ich das hier erzähle. Aber ich weiß nicht, was ich heute erzählen soll. Und ich weiß nicht, was ich zeigen soll. Weil wie gesagt, ich habe zu wenig Zeit. Heute und morgen. Montag und Dienstag habe ich frei. Mittwoch und Donatstag wieder 12 Uhr. Auf jeden Fall bin ich sehr müde heute. Gestern Abend noch einen Moment dran gesessen. Dann war ich total müde. Dann konnte ich die Augen kommen noch aufhalten beim Schneiden. Dann habe ich aufgehört. Dann habe ich Medizin geputzt. Dann habe ich noch die Hanteln gestemmt. Und bin dann ins Bett gegangen. Dann lag ich so im Bett und habe so über den Tag nachgedacht. Und über ein paar andere Sachen nachgedacht. Und dann bei kalt wachen konnte ich nicht mehr einschlafen. Ja. Dann halb bis um drei. Ich glaube sogar schon halb vier. Bin ich jetzt aufgestanden damit ich über den Baum stand? Ach guck ich. Oh, scheiße. Dann habe ich mir den Wecker heute Morgen zu sechs gestellt. Also. Ich habe mir den Wecker gestern Abend gestellt. Zu heute Morgen um sechs. Weil ich ja irgendwie noch ein bisschen was schaffen wollte. Und das Video eigentlich noch schneiden wollte. Fertig schneiden wollte. Und wie gesagt ja auch so. Und ich so viel Zeit habe heute Vormittag. Oh, als dieser Wecker geklingelt hat. Ich bin dann noch bis dreiviertel sieben. Ich bin sechs Jahre 45 für alle Bessis. Das ist schon so. Ähm. Ja. Drei, vier, sieben bin dann aufgestanden. Aber es musste so kommen. Beschäftigte ich mich seit Tagen. Wochen. Was mich gestern vom Schlafen abgehalten hat. Und. Naja. Es muss ja irgendwie mal geklärt werden. Es ist doof aussieht. Aber. Naja. Ich werde heute sehr, sehr müde sein heute Abend zur Arbeit. Meistens gegen 19 Uhr kriege ich so eine kleine Tiefe immer. In der Regel reicht ein Schluck Kaffee oder ein Schluck Cola. Ein bisschen Koffein. Manchmal nimmt mir auch eine Mate mit zur Arbeit. Heute wird. Puh. Hoffentlich ist nicht so viel los. Puh. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020